Silvester ist die teuerste Nacht des Jahres, denn neben den Umsätzen mit Feuerwerksraketen steigen auch wieder die Unfälle. Der Schadensaufwand der Wiener Städtischen beträgt im Schnitt bis zu 4,5 Millionen Euro, heißt es am Dienstag. Für dieses Jahr rechnen wir wieder mit einer normalen Silvesternacht, die ihrem Ruf als schadenträchtigste und teuerste Nacht leider alle Ehre machen wird, betont wiener städtische Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Wenn zu fortgeschrittener Stunde ausgelassen gefeiert wird, mangelt es häufig an der nötigen Vorsicht im Umgang mit pyrotechnischen Utensilien. Die Versicherung bezahlt zum Jahreswechsel für sämtliche Schäden, Unfälle, Haftpflicht, Gebäude, Kfz und Brandschäden durchschnittlich 4 bis 5 Millionen Euro. In den vergangenen beiden Corona-Jahren waren es lediglich 3,6 bzw. 3,8 Millionen Euro. Sollte man durch sein Handeln versehentlich einem Dritten einen Schaden zufügen, dann haftet man dafür. Im Normalfall greift aber die private Haftpflichtversicherung, die üblicherweise Teil der Haushaltsversicherung ist. Zündet man zum Beispiel als Gast bei Freunden eine Rakete, die ungewollt Teile des Nachbargrundstücks in Brand setzt, ist dies abgedeckt. Wer eine private Unfallversicherung hat, ist zwar von Schäden selbst nicht geschützt, müsse sich jedoch über die finanziellen Folgen keine Sorgen machen, auch nicht in der Silvesternacht. Denn bei Unfällen durch Böller oder explodierende Silvesterraketen wie Gehörschäden, Verbrennungen oder andere Verletzungen wird bezahlt, egal ob unverschuldet oder selbst verursacht. Rund um die Diskussion rund um Feinstaub, CO2-Ausstoß und die Umweltbelastung durch Feuerwerke sind die oberösterreichischen Pyrotechniker und Feuerwerksunternehmen aktiv geworden. Sie beteiligen sich an der Aktion Waldsetzen.jetzt und ermöglichen damit die Pflanzung von 2000 Jungbäumen im Bundesland. Diese 2000 Bäume binden jährlich einen großen Teil der CO2, das durch Feuerwerke und Pyrotechnik in Oberösterreich verursacht wird, sagt Ulf Busse, Branchensprecher des Pyrotechnik-Handels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.